Herzlich willkommen nach unserem Spiel in der 2. Liga gegen den 1. FC Nürnberg vor 4.617 Zuschauern. Hier am Hartwald entstand 1 zu 2. Ich darf die beiden Trainer hier begrüßen, den Gästetrainer Robert Klaus und unseren Trainer Alois Schwarz. Wir beginnen mit dem Statement des Gästetrainers. Robert, bitteschön. Ja, hallo. Von meiner Seite willkommen. Natürlich sind wir glücklich über den Sieg. Gerade wenn er so zustande kommt in der Nachspielzeit, sind wir natürlich happy. Aber wir müssen sagen, dass wir kein gutes Spiel gemacht haben. Kompliment an Sandhausen, wie Sie es gemacht haben. Sie haben es uns extrem schwer gemacht, hatten immer wieder Ihre Umschaltmomente und Ihre Standards, wo Sie sehr gefährlich waren. Und wo wir einfach auch mit Christian Marteni heute den Spieler auf dem Platz hatten, der uns im Spiel gehalten hat. Das war nicht gut, was wir bis zur 70. Minute gemacht haben. Wir haben es in der Halbzeitpause angesprochen, wie wir anders Fußball spielen wollen. Wir hatten zu wenig Tempo in unseren Aktionen. Wir hatten einfache Ballverluste, keine richtige Klarheit, wann spielen wir schnell, wann spielen wir ruhig. Das hat gefehlt. Und dadurch hatten wir natürlich immer wieder diese Ballverluste, sind dann nicht ins Gegenpressen gekommen, hatten in der Restverteidigung ein paar Probleme und sind dann in die Konter gelaufen. Und so lief das Spiel größtenteils ab. Und dann kassieren wir aus einem abgewährten Einwurf dann das 0-1. Das ist das, was halt nicht passieren darf. Wenn es schon nicht gut nach vorne läuft, dann muss man wenigstens lange 0-0 spielen. Was man dann gesehen hat, die letzten 20 Minuten mit etwas mehr Wildheit und mehr Risiko in die Box zu kommen, sah es dann auch besser aus. Da haben wir uns dann auch Abschlüsse erarbeitet. Dass natürlich dann der Ball von Fabian Nürnberger so reingeht, ist natürlich dann auch schön und bringt uns komplett zurück ins Spiel. Dann waren wir die letzten 10 Minuten am Drücker. Und trotzdem, es ist in Summe ein glücklicher Sieg, den wir heute einfach mal so gern mitnehmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ich gebe rüber zu Alois Schwarz, unserem Coach. Alois, bitteschön. Ja, ich hätte ihn auch gern mitgenommen. Und wir waren auch nah dran. Ich denke, nach der Situation, die wir jetzt die ganze Zeit hatten mit der Corona-Geschichte, sind wir sehr gut ins Spiel reingekommen, haben ein gutes Spiel gemacht, haben dem Gegner das Leben schwer gemacht. Das Spiel wurde vom Gegner langsam. Wir konnten immer wieder den Gegner gut stellen und hatten unsere Umschaltmomente. Wenn man die erste Halbzeit zieht, dann müssen wir schon auf jeden Fall mal ein Tor auch machen. Wir hatten da genug Möglichkeiten, um ein Tor zu machen. Der Gegner hatte außer zwei Abschlüsse, glaube ich, nichts in der ersten Hälfte. So ging die zweite Hälfte auch los. Ritzmeierleine vom Torwart trifft das Tor nicht. Dann mussten wir uns bei Patrick bedanken, weil der Abschluss von Müller-Dehli hält er wirklich klasse. Ja, und dann machen wir das Tor. Und dann kommt aber das, was wahrscheinlich viele, oder was ich mir im Hinterkopf schon gedacht habe, dass die Kraft einfach weniger wird. Der Gegner kommt dann auf. Wir sind nicht mehr so rausgekommen, haben nicht mehr diese Umschaltmomente gehabt. Nürnberger macht einen Sonntagsschuss und bringt natürlich dann auch Nürnberg wieder in die Spur. Und letztendlich haben wir uns versucht zu retten und dass wir dann in der 93. so ein Tor kriegen, habe ich mir nochmal angeguckt. Man kann immer darüber diskutieren. Die Hand war auf jeden Fall im Spiel. Für mich verschafft sich der Gegner auch einen Vorteil, dadurch, dass der Ball mit der Hand in eine ganz andere Richtung geht und Schuranov abschließen kann. Aber anscheinend ist es regeltechnisch richtig gewesen vom Schiri. Ja, vielen Dank. Wir kommen zu den Fragen. Das werde ich mit dem Kollegen Christian Bönig zusammen machen. Ich beginne mal. Klaus Weber von der Rhein-Neckar-Zeitung fragt nach der Verfassung der Spieler. Inwiefern du auch denkst, dass gegen Ende die Konzentration und Kraft etwas gefehlt hat und in dem Zusammenhang, warum du so spät gewechselt hast? Also die Kraft hat mit Siegerheit ein bisschen nachgelassen. Eric musste dann auch raus. Trotzdem sind wir relativ gut gestanden. Der Gegner hatte eigentlich keine Möglichkeiten und da was dann hinten zu verändern, war mir jetzt in dem Moment zu risikoreich. Man kann immer natürlich nachdenken, dann hätte er es doch gemacht, hätte man vielleicht das Spiel über die Zeit gebracht. Aber es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Der Gegner hatte wenig Abschlüsse, fast keine. Und dann, dass da ein Sonntagsschutz reingeht. Das war ja, glaube ich, schon 84. Vielleicht ein Wort zur Enttäuschung, gerade auch nach dem Last-Minute-Tor und der Situation in der Kabine. Vielleicht noch ein Wort zur Enttäuschung nach diesem Last-Minute-Tor und auch der Stimmung in der Kabine. Ja, natürlich, dass die Stimmung nicht gut ist. Es ist klar, wenn du jetzt 84 Minuten als Sieger schon auf dem Platz stehst und gehst dann mit leeren Händen nach Hause. Es ist bitter. Es ist uns jetzt schon ein paar Mal passiert. Gegen Bremen haben wir auch die Möglichkeiten gehabt, das Spiel für uns früher zu entscheiden. Kriegen in der 92. dann den Ausgleich. Vor meiner Zeit war es in Hamburg, wo man eigentlich schon mit einem Punkt nach Hause hätte fahren können. Und dann kriegt man in der 92. ein 1 zu 2. Es ist natürlich immer bitter, wenn man so spät so ein Tor bekommt. Aber Jammer hilft nicht. Köpfe hoch. Es geht bald weiter. Ja, da kommen wir nachher noch zu. Christian, bitteschön. Auch von mir erstmal einen schönen guten Abend. Wir fangen an mit Wolfgang Lars von der Nürnberger Zeitung. An dich, Robert. Ein Satz zu Fabian Nürnberger, der nicht nur wegen seines Tores maßgeblich verantwortlich war für die Wende. Ja, ich hatte es schon angesprochen, dass wir dann ab der 70. besser im Spiel waren. Und das hatte natürlich maßgeblich mit den Einwechslungen heute zu tun. Die Spieler, die reingekommen sind, haben es richtig gut gemacht. Natürlich Fabi auch, aber auch dann Erik, Dennis, Manu und auch Kili Fischer. Wir haben uns früher dafür entschieden, alle fünf Wechsel aufzubrauchen. Weil wir das Gefühl hatten, wir müssen die Statik des Spiels verändern. Wir müssen mehr Wildheit reinbringen, mehr Risiko. Und da ist natürlich dann Fabi auch der Spieler, der das verkörpert, der in 1-gegen-1-Situationen geht, der Lösungen nach vorn sucht. Und das hat er in dem Moment getan. Hat vorhin 1-gegen-1 für sich entschieden. Sicherlich auch in einer risikoreichen Position. Wenn er dann den Ball verliert, dann läuft der Konter. Aber trotzdem hat er es gut gemacht. Und ja, dass er den dann so trifft, er ist sogar noch leicht über den Schlacken gerutscht, ist natürlich glücklich für uns. Freut mich für ihn sehr, weil er jetzt einfach auch in letzter Zeit wenig Spielzeit hatte. Und trotzdem auch im Training immer Gas gegeben hat und heute hat er sich dafür belohnt. Dann noch zweimal Wolfgang Lars. War das heute die von Ihnen gewünschte Leistung, mit der es eine hohe Siegwahrscheinlichkeit geben sollte? Definitiv nicht. Ich habe ja vorhin im Spiel gesagt, wenn wir eine Topleistung bringen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir hier gewinnen. Heute wurde ich eines Besseren belehrt. Wir haben keine Topleistung gebracht und haben trotzdem gewonnen. Ja, das war nicht gut, was wir gemacht haben. Das habe ich ja schon gesagt. Wir haben einfach nicht die gefährlichen Räume gefunden und haben uns einfach selber müde gespielt. Und das ist einfach nicht gut. Da müssen wir eine andere Lösung finden. Da muss ich auch noch mal das Spiel mir komplett angucken, ob wir da in der Vorbereitung was hätten ändern können. Aber trotzdem, glaube ich, waren die Räume auch da, die wir hätten spielen können. Es lag halt viel am Tempo und einfach an den technischen Ungenauigkeiten. Und ein letztes Mal, Wolfgang Lars von den Nürnberger Nachrichten. Welche Schlüsse ziehen Sie aus den ersten 66 Minuten und den knapp 30 danach? Habe ich ja jetzt schon, glaube ich, unbeabsichtigt mit beantwortet. Die ersten 66 Minuten waren einfach zu wenig Risiko und die letzten Minuten waren dann mehr Risiko, mehr Wildheit. Und das ist einfach der Schluss, den wir daraus ziehen, dass wir da früher schon in das Risiko gehen müssen. Natürlich ist es auch ein anderes Spiel, wenn es länger 0-0 steht. Weil dann ist es halt so, dass bei Sandhausen, das war ja klar, dass vielleicht dann hinten aus die Kräfte weniger werden. Dann ist es natürlich einfacher, wenn das Spiel 0-0 steht oder wir 1-0 führen, als wenn wir nur Rückstände hinterherlaufen müssen. Deswegen hat das uns nicht in die Karten gespielt. Markus, zurück zu dir. Ich mache noch, ja. Klaus Weber fragt nochmal, binnen acht Tagen stehen zwei weitere Auswärtsspiele an. Wie sehen die nächsten Tage aus mit viel Generation oder muss auch der Trainingsrückstand aufgeholt werden? Erstmal müssen wir auf jeden Fall regenerieren. Das ist ganz wichtig, der Körper, aber auch der Geist. Und da kann man diese Woche nichts nachholen. Gut, das war es schon von unserer Seite. Dann Christian Nammert. Gut, dann machen wir weiter mit Marco Werzinger von der BILD. Gegen Bremen verlor ihre Mannschaft in den letzten zehn Minuten. Heute lief es genau umgekehrt. Welche Auswirkungen kann ein solch später Sieg auf ihr Team haben? Ja, natürlich gibt uns das jetzt erstmal viel Aufwind und Freude. Man hat es jetzt in der Kabine auch gemerkt, dass die Jungs da einfach sehr glücklich drüber waren. Auswärtssieg in der 93. Minute Freitagabend. Es gibt wenig schönere Sachen, die man erleben kann als Fußballer. Unabhängig von der Leistung, sondern einfach von dem nackten Ergebnis und von dem Zustandekommen ist es einfach für die Spieler ein unfassbar schönes Erlebnis. Und das können wir natürlich mitnehmen, das Gefühl. Und jetzt geht es darum, dann wieder auch dann einfach die Woche gut vorzubereiten. Zwei Fragen noch von Marco Werzinger. Lange entwickelt Ihre Mannschaft kaum Torgefahr. Warum hatten Sie zunächst auf einen Stoßstürmer verzichtet? Ja, weil wir wussten, dass Sandhausen hinten sehr tief steht und auch einfach sehr robuste und körperlich präsente Innenverteidiger plus davor Sechser auch hat. Und da wollten wir einfach mit vielen Spielern, die um den Strafraum herum für Torgefahr sorgen können aus der zweiten Ebene, die gut am Ball sind, die dann auch in den Zwischenräumen sich dann immer wieder auch dieser direkten Deckung entziehen können, spielen. Weil wir halt wussten, dass wir dann auch mit Flanken eh nicht so viel Erfolg am Anfang haben werden, sondern es ist dann eher dieser Moment, wenn wir mal hinten raus nochmal drücken, so wie es dann am Ende auch war, dass wir uns das dann für später aufgehoben haben, dann die Stoßstürmer vorne reinzubringen. Und die letzte Frage, musste Tom Kraus wegen einer Verletzung runter? Es ist wohl keine Verletzung, der Muskel hat zugemacht. Es war kurz vorm Kampf und kurz vor einer muskulären Sache. Aber so wie ich es jetzt auch gemerkt habe, kann er Kraftentwicklung anspannen. Aber der werden wir einfach morgen nochmal untersuchen. Aber er kennt seinen Körper und hat dann einfach Signal gegeben, dass es jetzt an der Zeit ist. Gut, von uns auch keine weiteren Fragen, Markus. Dann vielen Dank. Euch eine gute Heimreise. Für uns geht es weiter am kommenden Mittwoch. Dann sind wir beim FC St. Pauli um 18.30 Uhr zu Gast. Bis dahin, gesund bleiben. Dankeschön, tschüss. Dankeschön.